Ein chinesisches Expeditionsteam hat auf dem Gipfel des Mount Everest die höchste automatische Wetterstation der Welt errichtet. Mehr als 270 Mitglieder haben an der Expedition teilgenommen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf hochgelegenen Gebieten zu untersuchen. Insgesamt wurden dort acht Wetterstationen in einer Höhe von 5200 bis 8800 Metern errichtet.